Shit happens, ich hab keine Eisen-Dinger mehr. Oh, der hält ihn nicht an. Keine Eisen-Chipsets mehr. Der hält ihn nicht an. Doch, tu ich aber gerade, weil das schreckige ist, die brauch ich nämlich. Du bist dreckig, aber stimmt. Ja, ja, ich bin nur so geil und dreckig. Ach, ach. Wir haben gleich, 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 zwei Stunden erreicht. Wollt ihr mich verarschen? Immer noch dieses scheiß Grün-Schöcker-Boss. Kommt ja wieder Federn auf mich. Ach, weiß. Ach so, ich hab wieder O. O. Ich will keine Federn bei mir. Wie ein Grüner, toll. Mach das bei mir? Ja, wie viele Grüne, ey. Ja. Oh, hier sieht man noch so ein paar Krater. Komm, Zombie, komm mit. Wo muss ich denn hin? Welche Etage? Unten. Ganz, ganz unten. Natürlich fällst du runter und nimmst die andere Etage und nimmst das Portal. Ne. Ist klar. Ey, das sind doch nur... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 21, das sind doch nur 42. Oder so. Übertreib's auch. Lass mal gucken, was du in der Gesten hast. Erstmal gucken. Oh, das nicht genau. Finger weg. Okay. Eisen-Chipsets. Ah, okay. Finger weg, ehrlich. Meins. Hier komm ich jetzt ganz da oben wieder? Hochfliegen, oder? Nö, hier ist ein Fatal. Wo? Ach da, das Pinke. Ja, aber das ist nicht ganz da oben. Das ist der große Raum hier. Dann kannst du nach oben hinfliegen. Ach, du bist voll am Cheaten hier. Man sieht's hier richtig am Cheaten. Hm, du mir auch. Hast du hier vorne... Ähm... Achso, hast du noch gar nicht gemacht. Alles klar. Doch, da hinten. Doch, doch. Ich seh's schon. Was machst du da unten? Mal angucken hier. Was du für ein Mist treibst? Ach, du bist in der Zwischenetage. Achso. Was sind... Achso, die Logistik. Äh... Ja, wo kommt der Strom jetzt her? Oder ist es erst noch angebunden? Hm? Ach, aus dem Raum da hinten. Okay. Ja, ja. Wie komm ich da rein? Na, nur ein Service. Wo bist du? Komm da unten raus. Ich wollte grad den Driller anschmeißen. Einfach deinen Weg lang gehen. Oh, das ist blöd für mich hier. Ah, ist das kacke. Na, bist du blöd, ehrlich. Ach, ja, hier dann. Das ist alles, weißt du doch. Halten die noch so viel aus? Verbrauchst gar nicht so viel momentan, ne? Da läuft doch grad gar nichts dran. Schlecht. Oh, ich seh ein Hühnchen. Kann ich die schlachten? Finger weg. Das sind meine. Ach, wie süß ist das Gatter. Ich sammle erst mal die Eier an. Hey, du Pisser. Ich glaubte mir echt die Eier. Hey, das war nur ein Eichen. Trotzdem. Oh, bei mir sind grad keine Monster, das ist super. Weil die wieder rausgehört, bumm, Monster. Ne, noch nicht. Ja. Boah, willst du mich echt verarschen? Mh, mh. Echt nur scheißgrün ist Schokobuchs. Oh. Bei mir kommen die Sternstippe. Ja. Bei mir war es zu weit weg. Mh, Eisen, Eisen, ein Stick Eisen. Ein Weißes. Ein Weißes. Waaay. Jetzt brauchst du aber noch ein Weißes, weiß ich nicht. Doch mit Gelb. Ja, aber du musst ja auch erst mal ein weiß passendes haben. Ich hab doch ein Weißes. Wow, wo kommen denn grad die Küper her? Oh, leck mich am Arsch. Töte sie. Töte Centus. Ja, ich bin schon tot. Bist tot? Ne, die. Schade. Kannst du nicht mal sterben? Reiz Maul, ehrlich. Nein, das halte ich nicht. Jetzt muss ich erstmal das Weiße machen, dass es mir gehört. Jetzt warten wir mal eben hier kurz. Das ist richtig super für die Zuschauer. Wir warten. Wir warten. Da bist du. Hau doch mal ab hier. Ach, ist das herrlich. Wir warten. Bleib stehen, du Weißes. Nein. So, jetzt macht er, glaub ich, die Eisen, Dinger. Ich will mal wissen, wo die Eisen wieder hinpumpt. Komm her. Und jetzt habe ich ein großes Weißes. Jetzt muss ich trotzdem noch mal warten, bis das soweit ist. Erstmal machen, dass es nicht mehr folgt. Brauche ich denn jetzt noch die oder was? Dort möchte ich nur erstmal verschlagen. Geh mir nicht auf die Nerven, ehrlich. Tschüss. Einen davon raus. So, die noch machen. Dann haben wir eben da mit auf. Hey, Tommy, komm her. Hi. Voll. Hi, Tommy. Komm her. Was geil ist, wenn ich vor dem Portal stehe, dann sieht er mich nicht. Ach doch, jetzt. Jetzt ist er durchs Portal gegangen. 20.000. Ein dummes Mist, wie ehrlich. Es wird richtig teuer für mich. Ja. Warum kannst du jetzt Poppy Pop machen? Nein. Nein. Hey, warum macht er denn Gates? Gates habe ich doch gar nicht gesagt. Doch, hast du. Doch. Hast du. Warte mal, die Ebene war fertig. Ne, die Ebene war ich nicht fertig. 80.000 kostet das. Okay. Die war fertig, ja. Die brauche ich. Na, dann muss ich noch ein bisschen warten. Aber endlich weiß es, das hat ja auch gedauert. Meine Fresse, ey. Das ist jetzt alles weggefallen. Ach so. Und jetzt. Ah, okay. Ich verbrauche sie doch gar nicht. Dann weiß mit Geld, dass ich schwarz kriege. Bööö, hat er schwarz gesagt. Bööö. Ja, ihr solltet euch. Ja, ja. So ist das. Bööö. Bööö. Und hoffentlich habe ich ein Goldnis, dann kann ich damit fliegen. Bööö. So. Und das muss jetzt in schwarz. Ja, ich weiß sowieso nicht, warum du das brauchst. Ach so, dann habe ich irgendwo eine Schoko-Bowund. Kann man die auch im Gehege stecken, dann hast du von jedem einen. Weißt du, was ich mit den Schoko-Bowund machen wollte? Hm? Äh, die Schoko-Bowund züchten. Die Schoko-Bowund auf dem Förder-Button. Nein. Schoko-Bowund-Fleisch ist lecker. Nein. Das habe ich mal beim Hexe-Zerber gemacht. Ich habe die nur gezüchtet, die goldenen. Nur um zu schlachten. Die goldenen hast du gezüchtet? Ja. Okay. Nur um zu schlachten. Die sag, nimm doch die einfach die gelben, die reichen doch fürs Schoko-Bowund. Ich sag so, nein, die reichen nicht, die goldenen müssen es sein. Wir sind wertvoller. Ja. Ja, fanden sie nicht so lustig, dass ich das dann gemacht habe, aber... Ach. Verkauf mir doch eins. Ich sag so, nein. Zum Schlachten sind die viel lustiger. Das ist doch gemein. Ja, ich weiß. Naja. So bist du halt. Jupp. Danke, meiner Fiesling. Nee. Ach doch. Ach doch. Nein, sagt nicht. Die Paris reichen nicht. Reichen nicht. Ich habe gleich nur noch einen Stick. Ich habe noch genug. Das müssen wir gleich nochmal ein paar machen. Meinetwegen kannst du meine erst haben. Meine zwei Stacks. Ja. Wozu hat man die Übelmatter? Ja. Was man umsonst kriegt. Was man gecheatet hat. Ja. Ist ja auch nicht deins. Ich weiß. Ach, du Cheater, du. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Johnny, kannst gerne wieder haben. Ja. Du weißt ja nicht. Wozu sollst du dir so Brick machen? Wenn da jemand ist, wenn er eine ganze Zeit was herstellt. Hm? So, wie mache ich das jetzt? Ach so. Wolltest du auch nicht, ne? Nö. Ich mache es ja auch nur aus Jux und Dollerei. Ja, ja. Das meiste Material habe ich ja noch. An sich. Ja. Ja, ich brauche das gerade auch nur für Holz und so. Oder eher gesagt, nur für Holzstämme momentan. Weil das andere habe ich ja noch. Oh. Hä, wie kriege ich denn jetzt hier... Das wird jetzt so ein Signal drauf. Weiß er nicht. Ich auch noch nicht. Aber du weißt ja nie was, also. Nö. Na, hast du recht. Ah ja, ein Vielstück habe ich noch. Reicht ja. Ja. Besonders, weil ich noch eine Ebene vor mir habe. Ah. Aber dann bin ich fertig, wenn ich die Ebene habe. Nee, dann bist du komplett fertig. Was hast du die ganze zwei Stunden gemacht? Fick dich. Ich habe fast die ganze Anlage fertig. Und du? Du hast nur... Ja. Nix. Du Arsch. Bist ein Arsch. Ich weiß. Da habe ich das... Ich brauche noch Jujumeta. War hier drin, ne? Hä, wie kriege ich denn jetzt ein rotes Signal? Auf die Kacke. Nein, da war... Doch mehr drin. Da auch nicht. Ach komm, leck mich doch. Da war. Hey. Typ, typ. Du, 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 du. Zintus hat einen Knall. Genauso wie der Flash. So, kann das jetzt? Äh. Zack. 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 Was brauche ich denn hier für ein Gatter? Für ein Gatterfeld. Ja. Schlecht der Witz, ich weiß. So, zack. Zack. Ich glaube, die sind hier für ein Weichen. Dia-Ding brauche ich ein Dia-Chip-Set. Ich glaube, die reichen. Aber erstmal gehe ich mal oben für den Schokobus. Schokobus. Mal gucken, ob der Weiß bereit ist. Nein. Hast du den Schokobus gemacht? Nein. Ist doch schon groß. Ach so, schon wieder gecheatet. Ich hatte noch einen Kuchen. Yay. Am entgelben. Männchen. Gelbes Männchen. My Gott, ey. Rennt doch nicht durcheinander, dass ich auch noch einen Falschen dann treffe. Au ab. Ja, die rennt das Männchen die ganze Zeit hinterher. Ich schätze mir sicher. Ich finde es lustig. So. Ich finde es lustig, das ist doch gar nicht. Na, was kriege ich da? Das wäre heftig, wenn ich ein Schwarzes kriegen würde. Ein Schwarzes! Ein Cheat. Ein Schwarzes, geil. Kriegt der Dreck ein Schwarzes, unglaublich. Rassist. Was, du bist ein Rassist? Ja, das stimmt. Mann, Mann, Mann. Du bist echt so ein Rassist. Wo hatte ich denn Kuchenherstellung? Aber ich glaube wahrscheinlich auch, weil ich eben ein goldenes Laffly Gesey da genommen habe. Dieses golden Gesey. Na ja, dann kriegst du die Chance auch, ja. So, ist das Rot dann da und dann mach einfach Pumpen. Passt das dann jetzt? Pumpen, Pumpen, Pumpen. Na ja, jetzt pumpen noch. Da war das, ne? Zack. Hä, holen wir mal, was fehlt denn? Was fehlt denn? Ah ja, fehlen auch da, wie auch ein Zack. Wo ich glaube, wie so ein Ding hier in Bauer. Wie viel von den Pipes habe ich noch? Ich glaube nicht mehr so viele. Dann heißt es, dass das groß werden lassen ist, das schwarze. Da ist es ja. Ich habe glaube nicht mehr so einen komischen Sampler mehr. Und auch noch ein Männchen, cool. Cheater. Mann, habe ich ein Glück. Ah, er ist gecheatet. Ah, im Arsch. Entdeck nix Extruder? Ach, der Zombie ist immer noch im Portal drin. Packt der mal rum oder was? Ah, ne, der ist bei dem Netaport da rum. Aber was machst du bei mir? Gar nix. Was willst du hier? Gar nix. Brauchen wir es denn Lachflie? Ja, hier. Wenn du einmal drauf schlägst, nimm nicht. Ja, dann nimm doch. Hau doch einfach drauf. Eins bleibt immer drinne.